In der Doku «Peggy Guggenheim – Mein Leben für die Kunst» wird die Sammelleidenschaft der Kunstikone beleuchtet. Echte und verloren glaubte Tonaufnahmen von Interviews, die mit einem umfangreichen Fotoarchiv bebildert werden, zeigen ihren sensiblen und temperamentvollen Charakter. Ein faszinierendes Porträt über eine der einflussreichsten US-Galeristinnen aller Zeiten. Untertitelung des ZDF, 2020